Ihr hört jetzt einen Song, der erzählt davon, wie ich mich als kleines Kind versteckt habe. Ich habe mir einfach so die Hände vor die Augen gehalten und dachte, ich bin weg. Mich kann einfach keiner finden. So gut muss man sich erstmal verstecken können. Und dieses Gefühl wünsche ich mir manchmal in die Erwachsenenwelt zurück, dass man einfach mal kurz sagen kann, ich bin jetzt mal raus, ich bin jetzt mal weg. Kein Problem. Immer wenn ich was will, hab ich Schiss, da wird nichts draus. Mein Therapeut hat mir gesagt, ich gebe zu schnell auf. Aber woran soll ich glauben, wenn ich glaub, dass ich's nicht kann? 1000 zu tut, womit fang ich an? Ich verstecke mich wie früher beim Kastanienbaum im Garten meiner Oma. An der Schaukel geradeaus, halt die Hände vor die Augen. Niemand kann mich sehen, hier ist noch alles okay. Ich habe kein Problem. Sie war nie wirklich weg. Sie war nie wirklich weg. Sie war nur kurz nicht da. Wovor ich war, bevor ich mich versteckt hab, hab ich mich gefragt. Ist vielleicht auch viel leichter, vielleicht nicht jedes Mal. 1000 zu tut, ich fange dann mal an. Aber wenn's wieder mal an. Aber wenn's wieder mal zu viel wird und ich Schiss hab, da wird nichts draus. Und wenn's wieder mal an. Na, wenn's wieder geht, versteck ich mich im Garten. Und in Samkasanienbaum, halt die Hände vor die Augen. Niemand kann mich sehen. Ich glaube, manchmal ist es okay So eine Aussage von Problemen Sonst wär ich längst schon durchgedreht In diesem Scheiß-System